Geheimnisvolle Dinge tun sich in Poders Dorf. Man munkelt von vergrabenen Schätzen, von verborgenen Geheimnissen, schwierigen Rätseln und Aufgaben, die nur die tapfersten und klügsten bestehen können. Ich bin Wenzel, ein alter Fischer, und ich weiß viel über diese Geheimnisse. Kommt mit mir auf die Reise und auf die Suche nach dem verborgenen Schatz. Abenteuer erwarten euch und vielleicht sogar reicher Lohn.